So, herzlich willkommen zurück. Könnte ein Bot sein, muss er aber beziehen. Ja, der fliegt zu gerade. Ja, ist auch ein Bot. Während ich mich um den TS gekrümmert habe, haben Dating Volley dabei die Mission gemacht. Was ist denn das? New A60? Ja, ne? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir ja Glück und der stürzt ab, oder? Direkt auf unsere Köpfe. Lars, wo ist die Box? Ah, hier vorne. Oh ne, ich habe das Plywood schon dabei. Was? Du hast mir aus dem Hinterkopf einen Kleiner und du schadest, dass du erkrankt. Dann lass schnell das Ding hier leerräumen. Wo ist er denn? Pain? Pain? Und das ist der Lars. Ich lass da, oder? Ja, ich brauche es mal noch. Ich brauche es mal noch. Ich brauche es dann mal noch. Der Pain ist eben irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Blöder hinter denen her. Ja. Der Blut, geschmeckt, gerochen, hör mal. Brauchen wir kein was? Mach, pack alles ein. Wir kriegen hier eh genug unter im Auto. 20.000 Plätze dürften reichen. Hier fahren wir mit aus. Das ist der Admin-SUV eigentlich. Nein, den können wir leider auch kaufen. Ja, aber wenn mehr als 1.000 Items an einem Platz sind... Äh, die Supply Crate nehmen wir mal nicht mit. Jawohl, die packte gerade alles ein. Ist ja Wurst. Wofür braucht man die? So, und da haben wir wieder... So, und da haben wir wieder... So, und da haben wir wieder... Crowbar... Sandberg... Keytool... Huntingknife... Und Toolbox nehm ich noch mit. So, die Woodpiles braucht man beim besten Willen nicht. Ich halte das ganze Zeit jetzt im Rucksack, haben wir zur Vorsicht, wegen der Menge. Hm. Und da haben wir, glaube ich, ordentlich Platz. So viel haben wir noch nicht drin. So, äh, hier... Bisschen das Auge offen halten. Oh, ne M24, sehr schön. Ja, hier lootet die Typis mal durch, der hat noch ne M40-A3. Und was machen die Admins, holen sich das... Wer denn schönes? Boah, da ist ja die Fresse halt noch. Ne M8-Holo-SD. Ah. Der AK-Swift macht sich irgendwie grad sehr bewegt, finde ich. Ah, deswegen... Mit dem Spruch hast du nicht gelesen. Nur weil sie Admins sind, dürfen sie nicht normal spielen, Fragezeichen. Oh, der hat eine Song, ne? Ja, ich hab auch wieder hier eine Song eingepackt. So, also ich bin voll. Ist hier nur irgendjemand was? Ey! Richtig. Richtig. Rinn in die... Ne, Wunde ist es ja nicht, aber... Oh, hier ist ne... Kommt mal schnell einer her. Mit freiem Platz. Ey, lad grad aus. Wortos, hast du noch Platz? Ja, selbstverständlich. Was hast du da? Ne FN fucking Fall. Let's go. Hier oben, hier oben, hier oben. Zurück. Oben, 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 oben. Hier, hier, hier. Ah, da. Okay. FN Fall, AN PVS 4. Alter. Sehr schön. Hab ich noch nie vorher gesehen. Ah, hab ich auf Aurions im Zimmer gefunden. Oh ja. Da kriegt noch einer. Oh, und da noch einer. Oh, der zieht auf mich. Puh. Oh, hier waren überall noch welche. Ja. Schön laus. Äh, was kann man vergessen? Ich hab jetzt nicht mitgelesen. Ihr guckt mich noch an. Oh. Warum hat er nicht geschossen? Ja. Ja, welcher war das jetzt der, was die M49 hat? Ich hab noch. Ich hab eingesammelt. So, ich komm zurück. Wir haben nichts wichtiges mehr. Ja, ich hab noch eine Song mit drei Magazinen eingesammelt. Okay, hast du die eingesammelt. Ja, das sind halt die Probleme als Admin auf einem Server. So eine Diskussion haben wir so gut wie jedes Mal, wie wir normal spielen. Oh, ich glaub wir haben alles gut genommen, oder? Ja, wir haben alles Wichtiges. Da liegt nur ein Saal, wo ich bin. Wo? Hast du noch Platz? Nein, eben nicht mehr. Wo bist du? Guck mal der Angabe. Angabe. Hügel hoch oder Hügel runter? Äh, weiter nach oben. Ich stehe da auf dem freien Feld. Vom SUV rechts direkt nach oben. Rechts. Ah, okay, ich seh. Und da drüben liegt noch Supply Crates drinnen, weil ich kaum Platz mehr gehabt hab da. Hier unten, der hat noch eine SVD, glaub ich, der rechts neben mir. Ach, SVD. Oh, Pain ist tot. Hat er die jetzt so lange verfolgt gehabt, oder was? Ja, hab schon. So, seid ihr drin? Okay. Ähm, Lars, nimmst du den mit? Hast du irgendwas wichtiges dabei? Weil ansonsten packst du es bei uns mal dran. So, Leute. Gott, das ist es. Ah, nochmal sechs. Oder hast du jetzt irgendwas eingeschalten? Und da ist... Ah, nein, ich hab nichts an. Ja, genau. Tu's uns Video gleich. Tu den Admin-Log gleich zeigen, dass er nichts anhatte. Super Idee, erinnert. Oh, Pain hat sich selber getötet. Pain hat sich selber getötet. Pain hat sich selber getötet. So, ich fahr dann schon mal zurück in Richtung unserer Base. Ich fahr auf Querfeld ein. Ich hab keine Lust, irgendjemanden über den Weg jetzt zu fahren. Ganz ehrlich, sowas brauchen wir echt nicht. Blandest nicht einen Schuss? Das war Pain. Hallo, fährt der hin und ich bin vor allem viel langsamer als hier. Ja, wir fahren Richtung Wels. Wir haben den ganzen Loot dabei. So schnell wie möglich weg hier. Ah, F***. Oh. Ähm, vielleicht... Ja, ja. Wann möchtest du? Ich glaub, ich flieg mal kurz was verkaufen. Oh! Ähm, vielleicht ist es nicht so gut, wenn wir... Ähm, irgendwie die Base im Video haben so richtig. Wo die ist und so. Also vielleicht markieren und so. Ah, ne, Heckrotor ist hinüber. Wir haben noch bestimmt Scrap Metal dabei, oder? Wir haben noch bestimmt Scrap Metal dabei, oder? Wir haben noch bestimmt Scrap Metal dabei, oder? Wir haben noch bestimmt Scrap Metal dabei. Wir haben grad ungefähr 25 Stück. Okay, Engine ist ein bisschen orange und Main Rotor ist ein bisschen orange, aber das dürfte funktionieren. Aber das dürfte funktionieren. Ist noch Fuel drin, ne? Hast du einen Scrap? Ja, und Fuel dürfte ausweichen. Ja, hol raus. Dann flieg ich den verkaufen. Ja, und ich fahr dabei rein. Oder ihr habt ja nicht genug Ruf, ne? Ja, ja, ne. Nee. Ruf sind wir hier bei WoW. Ja, Entschuldigung. Wir haben 25 in der Scrap Metal, repariere den Dreh schnell. Ich hab soweit nichts Wichtiges mehr dabei. Ich bin schon, ich bin schon dran. Oh, Antihag. Survival Skin Change. Oh, okay. Äh, reparierst du schon, Max, Ossoli? Ja, ja, ich bin am reparen. Äh, habt ihr Engine? Könnt ihr die noch reinpacken? Vorsichtshaber. Wie viel hat sie? Der Oral, der ist auch ziemlich hin. Na, das geht. Okay. Hat er noch DMR-Max, also ich muss jetzt mit so einer billigen Neffenfall-Neidwischen rumlaufen. Da sind 6 DMR-Max mit drin. Achso, oh, warte, ich geb euch mal, ähm... Heckrotor müsste jetzt fit sein. Borthos, ich leg dir den Schlüssel in den Rucksack. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch Platz hab. Warte, warte. Oh, nee, null. Na, das soll sich ausgehen. Oh. Ey, nicht, 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 nicht. Hier sind doch Spieler in der Nähe. Taste. Jetzt kannst du. Er wird eigentlich reloaden. Ja, bei mir wird noch... Ich hab grad Morphine rausgetan. Das dürfte gehen. So, das ist der gelbe Schlüssel. Alles klar. Alles klar. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Fährst du? Ja, ich sitz fürs Fahrrad. Okay. 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 Lass mich hin. Da hab ich ein Auto gesehen. Also auf der anderen Seite von der Straße, wo ihr grad hinguckt. Da ist so ein kleiner Wald, äh, Baum... Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach zur Base. Ich hab ein neuestes Problem, könnt ihr kurz... Was hat der geschrieben? Weiß nicht. Einfach geradeaus, oder was? Ja, geradeaus müssen wir zur Base. Herr Herrmann, wie wäre denn das, wenn du es einfach rausschneidest? Nachher Base-technisch? Ja, ich weiß nicht. Du brauchst ja nur die Videospur an der Stelle rausschneiden. Da brauchst du ja nicht irgendwie groß was drüber legen. Also wo ich die Base markiere? Ja, und wo wir bei der Base sind, weil das lässt sich ja, wenn jemand sich auskennt, auch relativ vielleicht rausfinden. Ist ja egal. Am Ende sagen wir eh noch Base aufbauen und alles. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir sind ein paar Mann, also es wird schon gut gehen. Das ist ja egal. Und wenn man die Schuhe von Bewegung befindet, das ist ein paar Neue. Das ist ja egal. Ich sitze ja hier in der Lage. Das ist ja egal. Es ist ja egal. Die Schuhe von cloud- Wells, in der Lage Rumpfung, in der Lage ist es nicht so schlimm. Ich bin glaube ich nicht 두려워, ganz klar. Wir sind. Ich bin, ich bin nur noch diese Zeit und die ganze Zeit lang. Ich bin, ich bin. Ich bin nur für规b— Wir haben jetzt die Bescheid. So. Ich bin. Die sagt so, wenn sie wissen wo unsere Base ist, haben wir wenigstens ein bisschen Action und ein bisschen länger Spielmotivation. Ja, aber die Base ist nicht ähm... Kann man machen, ist es fertig? Ja, erstens ist sie nicht fertig. Ja, wir haben jetzt noch gar eine Woche Zeit, wenn ich lasse. Und über die Woche lasse ich jetzt Zeit rein. Zweitens ist, wenn es so weiter geht, da habe ich Motivation bis zum Geh nicht mehr, es macht übelst Spaß irgendwie. Ist sogar richtig geil, Mann. Ah, ist wieder ein Briefcase. Geht schon, ich weiß, dass du es schaffst. So. Und du? Irgendwann muss ich abholen von. Würde sagen, jetzt regeln wir nach dem Restart. Ja. Für mich ist so lonely. I'm so lonely. I have nobody. Oh Gott. Nur weil wir kein Autoradio haben, müsst ihr jetzt hier nicht anfangen, eure tollen Sachen küsse. Lars, nächstes Mal lief mal deinen Musikbord davon, ok? Ja, aber da müssen wir die Musik schauen, weil... Ja, das ist ja bloß alles. Das Problem habe ich in der Schweiz nicht. Alter, wo fährst du hin? Was ist mit der Schweiz? Ja, da darf ich alles hochladen. Ach, immer die Schweizer, die dürfen ja nichts. Kommt drauf an. GEMA wird es trotzdem blockieren. Bei uns gibt es auch nicht die GEMA. Aber... Ähm... Ich kann es hochladen, ohne dass es runtergenommen wird auf YouTube. Es können dann auch Deutsche zum Beispiel nicht anschauen. Das ist bei uns komplett selber. Ja, würde ich sagen, gut nutze ich einfach. So, schließt das Ding ab und pack den Schlüssel in den Safe. Ich packe gerade noch ein bisschen KIA ein, Jocke. Das war jetzt nur eingesammelt von dem, was wir jetzt gefahren waren, ne? Ja. Da ist einiges zusammengekommen. Wir haben ja nämlich mal wirklich die Missionen gemacht. Ja. So, dann würde ich sagen, was machst du die Season? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.